Werde Foodstarter! Dankeschön! Ich finde es eigentlich eine gute Aktion. Werde Foodstarter! Das ist echt lecker. Ja, finde ich super. Also bei allem drum herum sich ein bisschen zu stärken und schmeckt auch wirklich gut. Finde ich absolut gut. Ich habe jetzt durch die Aktion hier ein bisschen näher kennengelernt und finde ich echt eine sehr gute Organisation. Eine gute Sache auf jeden Fall. Es ist wichtig, die jungen Menschen in die Ausbildung zu bringen. Die Lebensmittelbranche kann man mit Zukunftsperspektive bezeichnen. Wenn man sich bedenkt, dass der Lebensmittelmarkt ja wächst und auch gerade in Lübeck gute Chancen bietet. Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben viele junge, gute Leute, die sicherlich Potenzial haben, die ihr Potenzial bisher nicht einsetzen dürfen. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen Erfolg bringt, dass man einfach Jugendliche, die vielleicht die richtige Ausbildung für sich suchen über dieses Projekt, dann auch in dem Berufsweg ihren Einstieg finden. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.